Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gibbous Egg Tunnel Adventure. Wir sind ja auf dieser merkwürdigen Insel und haben das letzte Mal ja hier dieses konstanten Rätsel gelöst und können jetzt hier hoffentlich weitergehen. Hm, da könnte eine Pixelkatze reinpassen. Oh, Entschuldigung. Stellenplatte. Ich weiß, wer es gut tut. Sicher? Die seltsame Statue mit dem Schatten und dem Zeig. Die große Tür in der Höhle. Thoughts on how to get past the big door in the cavern? There's something about that shape carved into it. It looks squarish, like you do sometimes. You do too, when I want you to. Don't remind me. Dude, what is the story here? Feels like we're, I don't know, shifting between universes here. How can this exist on Earth? I'm betting anything that it's not a natural phenomenon. There's got to be some influence that's only exerted in this place. What influence? Where from? Look at the sky, Buzz. Does it look normal to you? Uh... Yeah. Hmm. Kitty? What? You know when you look, uh, painted? Aw, yeah. Yeah, well, you don't even look funny. Just... Disturbing. Ugh. Kitty, Kitty would be right. Yeah, you're not wrong. Kitty would be right. Kitty would be right. Von daher, hmm, Kitty? Okay, nee. Ähm. Aber das ist das einzige, was wir hier haben, ne? Müssen wir sie nochmal direkt verwandeln? Jetzt vielleicht, Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Okay, dann machen wir mal eben so ein Pixel, Buzz, und vielleicht können wir es dann. Ähm. I can't budget, so... Ähm, was? Das natürlich kannst du dann. Ugh. Great. A massive slab of... Ja, 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 ja. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Dann das Necronomicon vielleicht? There's no vibration here. Was ist hier los, Kitty? Die, nee. Mm-mm. Ich habe alles ausprobiert. Und als Pixel-Kitty geht sie da nicht rein. Ja, so schlau war ich auch schon. Aber es geht nicht. Ich muss da irgendwas in die Form reinstopfen. Oh, hast du. Nimm, Kitty. Ach, Mann. Und ich kann hier nicht weiter. Das hat mir jetzt so gar nichts gebracht. Und hier komme ich auch nirgends so weiter. Och, Mann. Es sieht ziemlich firmly attached zu diesem Spheroid. Wie soll ich das denn jetzt lösen? Das ist... Also, für mich ist die logische Erklärung, wer jetzt tatsächlich da als... Ja, für mich hat von der Größe her Kitty eigentlich... Ja, wir schmeißen Kitty jetzt in die feurige Grube. Äh, die richtige Größe, um da reinzukommen. Das ist doch nicht mal böse gemeint. Und deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Ich kann nicht budgen, also Kitty kann nicht. Oder? Ich meine... Könnten Katzenpfoten sein. Ich verstehe nicht die Chance, dass ich es nicht budgen habe. Das ist Pixel. Das ist... Ist das jetzt irgendwie... Ist das jetzt irgendwie verbuggt oder sowas? Also verbasst? Keine Ahnung. Sie sagt auch nichts anderes. Kitty auch nicht. Ich kann... Warum nicht? Als Pixel-Kitty geht das. Machen wir uns nichts vor. Also, ich verstehe das gerade. Ich verstehe das so überhaupt nicht gerade. Ich kann... Und ich habe nur das Necronomicon. Das Schwert, was wir am Anfang gesehen haben, passt da auch nicht rein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Überhaupt nicht. Das, was für mich am logischsten erscheint, ist so... Ich kann nicht budgen, so Kitty kann es auch nicht. Ich verstehe die Chance... Ich verstehe die Chance... Egal in welcher Form. Kann ich das nicht bewegen, ja? Ist das so? Ich verstehe die Chance, die es sogar budgen. Und es gab extra den Hinweis, dass sie teilweise aus wie Buzz, wenn der verpixelt ist, oder aber wie Kitty. Warum geht das dann nicht? Ich verstehe die Chance, die es auch nicht so gut ist. Nachfragen. Startung ist schwer, klar. Ja, ich meine... Unlässt, nein, gar nichts. Ich bliefe eine große Tür von... Du bist auch. Du bist auch. Ja, siehst du, aber es geht nicht. Es ist sogar schwer. Worse. Exakt. Ähm, was ist hier los? Ist alles komisch hier, Naturphänomene ist es nicht. Das ist... Hier ist nichts. Und dann nur Kitty, du siehst komisch aus, wenn du normal bist. Und so weiter und so fort. Es ist... Keine Ahnung. Und ich kann hier auch sonst. Es ist nur die Steinplatte. Kitty war es, Steinplatte und das war es. Und das Necronomicon geht auch nicht darauf anzuwenden. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es gerade nicht. Aber er kann da hinlaufen. Warum kann er da hinlaufen? Da kann er komplett überall hinlaufen. Aber wir können mit den Sachen nicht mehr interagieren. Kollage, normaler Bass. Oktobass. Ne, das hat nichts damit zu tun mehr, die Verwandlung. Sind wir der Oktobass? Hm. Jetzt sind wir der Pixel-Bass. Und jetzt bin ich der normale Bass, wenn ich hier reinkomme. Es ist... Ich muss noch nicht mal etwas abwarten. So, großartig. Ich musste mir ganz kurz überbrechen. Gut. Dann gehen wir mal von aus, dass wir da keinen Bass reinquetschen können. Gut, es wäre eine abstrakte Kitty, ne? Also selbst verpixelt wäre sie abstrakt. Ich habe kein Buch. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir kommen hier nicht weiter. Die Dinger können wir gar nicht mehr benutzen. Wir können zwar hier langlaufen, haben wir festgestellt. Können wir aber nicht benutzen. Ich würde lieber nicht das Buch hier benutzen. Das Buch möchte er nicht benutzen und er möchte es auch nicht in die vorigen Gruben schmeißen. Ich habe keine Ahnung. Hallo, du sollst da hinlaufen. Danke. Oh, Kitty. Entschuldigung. Da haben wir auch nichts zu zu sagen, ne? Kitty auch nicht? Okay, also Kitty hilft uns hier auch nicht mal weiter. Äh, I don't know how. Was weißt du nicht, wie? They're creeping me out. I don't want to. Ich will nicht, okay. Was? Kaputtes Sphäroid geht auch nicht. I have no use for it. Okay, also den kaputten Sphäroid sowieso nicht. Sieht ziemlich verbunden aus. Ich weiß es nicht. Können wir eigentlich zum Strand zurück? Können wir gar nicht. Wir können nicht zum Strand zurück. Fühlst du dich damit verbündener? Ach, das ist ja schon wieder Pixel. They're creeping me out, okay. Das Schwert sieht wirklich toll aus. Können wir das Schwert haben? Wobei es auch nicht in die Form reinpasst, ne? Nein, das Schwert. Hallo? Äh, ich weiß nicht, wie. Okay, das tut mir leid, aber ich finde es eigentlich ganz süß. Und das geht auch nicht. Wir können nicht zurück zum Strand. Wir können sonst gar nichts mehr machen. Och, ich kündige. Wie geht das mit allen Sachen? Jetzt haben wir eine pixelige Statue mit Schwert. Aha. Aha. Sag doch nochmal, was ist er? Okay, Kitty. Okay. Ich weiß nicht, wie. Okay. Ist das jetzt deren Ernst? Können wir noch mehr draus machen? Wie sieht er denn aus? Etwas weniger verstörend verändert? Ich weiß nicht, den vierte oberen Teil seines Schädels? Äh, I don't know how. Ich weiß es auch nicht. Und sie hat uns. Cthulhu. Aha. Jetzt können wir auch gar nicht mehr. Wir können gar nicht mehr. Was machen wir damit? Nein, nicht mit Kitty. Mit der... Kitty! Geh mal bitte weg. Ich habe das Schwert. Danke. Wow, jetzt haben wir das Schwert. Ein Schwert. Neat. Neat. Mit den Wesen können wir es finden. They feel unchangeable. Unchangeable. Dass er da überhaupt Wesen drin sieht, ne? Mit viel Fantasie könnte man da Wesen draus machen. Gibt das hier? There's a definite vibration, but I don't think I need it here. Eine bestimmte Schwingung? Warte mal, mit der Stele können wir auch nichts da machen, ne? Ne, da hat Kitty uns da die Tür geöffnet. Können wir... I won't risk destroying it. Hä? Ach, wir können die gar nicht mehr anwählen. Okay. Oh, habe ich noch Fragen? Nein, ich habe keine Fragen. Jetzt ist der Zweig weg. Hä? Kaputt. Ach, jetzt im Ernst. Den hast du eben gerade erst mitgenommen. Alles klar. Echt jetzt. Oh, da komm mal drauf. Da rennst du hier rum. Das sind so Sachen, da kommst du da gar nicht drauf. Da wird ja nicht mal drauf hingewiesen. Wir hatten doch schon mal Hinweise. Ich habe echt gesagt, wir müssen die Katze da reinkloppen in die Öffnung. Ach. Oh nein, wir müssen hier was verbinden. Erster magischer, zweiter magischer, dritter. Das ist das gleiche wie vorhin. Eine andere magische Zirkle. Ah. Es ist auf der Seite einer organischen looking Pillar. Ja. No. Natürlich bist du jetzt nicht mehr organik, ne? Muss Kitty auch was machen? Hä? Oh Gott, are you okay? Can you breathe? What do we do? Yeah, I can breathe all right. There are mechanisms inside this thing. Well, that's good to hear, because I see nothing on my end here. We can't let this slow us down, Buzz. Try and figure out your way forward while I work on this. On it. Hey, ich glaube, ich spinne. Ich wollte gerade. Und dann sehe ich nur das Ding runterkommen. Oh, Kitty. Was ist gut da drin? Okay. Okay, okay, wir gehen weiter. Das heißt, wir könnten mit den Dingern... Wäre die in jedem so drin gewesen? Hä? Ich kann gar nicht weitergehen. Achso, ich sollte auf gehen klicken, ne? So, pass auf. Dann gucken wir uns nochmal um. Die können wir tatsächlich nicht mehr anwählen. Wir können nur noch Kitty anwählen. Dann warcheln wir mal weiter. Oh, das ist ein bisschen mehr anwählen. 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 Der ist aber noch sehr abgeklärt gewesen im nahen Tod. Gut, also ist das der Käpt'n Johansson? Und die magischen, ja, die magischen, die Magie hat dafür gesorgt, dass das aufgezeichnet wurde, okay? Alles klar, wir können das Necronomicon an ihm benutzen. Okay, dann denke ich mir mal, können wir das bei ihm benutzen? Oh, nein, 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 das ist nochmal. Also der war ja wirklich sehr abgeklärt im nahen Angesichts des Todes. Okay. Das ist ein Knoten. Anschauen, den Knoten. Oh, nein. Oh, wie ist er von der anderen Seite denn da durchgekommen? Ja, dann nehmen wir die radikale Methode, ne? Kriege ich eine Errungenschaft dafür? Das scheinen immer wieder andere Positionen zu sein, ne? Ist das der kordische Knoten? Naja, okay, wir nehmen jetzt die Holzhammer- bzw. die Schwertmethode, ne? Wir zerkloppen den Knoten einfach. Punkt aus. Definitiv. Warum lässt er das Schwert da liegen? Das verstehe ich immer nicht. Kitty, kannst du mich hören? Ich habe diese Tür öffnet. Wir können jetzt weitergehen. Du kannst weitergehen. Diese Kontraption ist viel mehr kompliziert, als ich hatte erwähnt. Geh weiter ohne mich, Buzz. Was meinst du? Was meinst du? Ich kann nicht einfach, dass du dich hinterfragen kannst. Du hörst du, das Ghost-Thing? All die Volcanoes rundherend hier sind, die Rigg zu blow up. Just go, Buzz. Find the Butcher. Don and Peace might need you. I'll be okay. I'll try to make my way out of this trap. I'll put to Kitty. Kitty, I can't. Just go already. And be careful. Numskull. Kitty? 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 I love you. Get the f*** out of here, Kerwin. Warum kann ich das Schwert nicht mehr... Warum müssten die Protagonisten immer so wichtige Sachen liegen lassen bei solchen Spielen? Ich weiß es nicht. Gut, wir gehen da rein. Man weiß es nicht mehr so viele Sachen. Tquela von Bonseil nicht mehr so schlecht ist.